Ich hab heute was richtig Dummes mit Heiko vor, er weiß, dass er irgendwas erwarten wird, aber was genau, das werdet ihr und er jetzt erfahren. Hey, so, hast du Bock? Ja, ich hab voll Bock, du hast irgendwas geplant. Nee, stopp, red ich mal um. So, und jetzt kommst du mir. Nein, rückwärts laufen, weil Heiko, das wirst du heute den ganzen Tag machen. Du musst heute einen Tag lang rückwärts laufen. Wie soll ich das denn machen? Wir gehen jetzt in die Stadt, wir haben einen schönen Tag, müssen wir also du und du darfst heute nicht einmal geradeaus laufen. Die ganze Zeit nur rückwärts, egal was du machst, das wird echt spannend, mal gucken, wie er es schaffen wird, das wird auch ein Experiment. Hast du Bock? Ja, absolut. Ja, okay, dann dreh dich um. Boah, ich hasse das voll, wenn man nicht weiß, wo was hinter mir ist, Alter. Heiko, nein, Mann, rückwärts, Alter. Alles rückwärts. Nicht, nein? Hä? Auch nicht nach hinten gucken. Schau einfach mal, dass ich jetzt endlich rauskomme, dass ich geklappt habe. Ciao! Ich rückwärts jetzt hier einfach runter. Viel schwerer, als man denkt. Alter, ich bin gerade beinahe auf diesen Rauchwetter gestoßen, das war knapp. Jetzt wird's spannend, meine Freunde. Ja, ist doch ganz easy. Achso, fuck. Nicht was passiert, was? Ja, Junge, was macht der denn auch? Du Hühnerscheiß im Kopf. Du Hühnerscheiß im Kopf. Sorry. Das ist nicht, dass das noch ein bisschen aussieht. Ich hab jetzt irgendwie Bock auf ein Eis bekommen. Hallo. Sie haben Eis, Sie haben auch Eis hier, oder? Ja, klar. Ich guck mal kurz. Ja, auch so. Haben Sie Bananen-Eis zufällig? Bananen-Eis, dann ja. Okay, dann hab ich gern zwei Kugeln. Das sieht aus. Einmal Bananen und einmal, wenn möglich, Haselnuss. So. Ich komm mir vor, wie so ein Prolet, ey. Ich glaubst du, danke. Oh, lecker. Danke, Thomas, danke schön. Roman, danke für die Kohle, Heiko. Willst du mich verarschen? Ja, nimm mein Geld jetzt her. Egal, ich geb mir jetzt erst mal ein Eis. Auf alle Fälle Action gerade hier. Die ganzen Leute, die hier vorbeilaufen, werfen mir so richtig komisch im Blick zu. Sorry. Ich muss das Rückwärts-Ausstellen. Die Lofis, kennst du dich? Komm, wir haben jetzt einen neuen Abonnenten dazu gemacht. High five. Ja, Freunde, ich steck die Leute hier an mit dem Rückwärtslaufen. Das ist ganz einfach. Vorsicht. Sorry. Das ist richtig. Oh, das ist rufgabend. Ja. Alter, wenn ich hier nach hinten guck, dann sterb ich. Nein. Doch. Ja. Weißt du, wenn du an meiner Stelle wärst, Roman? Die Leute gehen mir aus der Regel aus dem Weg. Die Leute gehen nur, weil die Leute aus dem Weg gehen. Ich komm mir vor, wie so ein arrogantes Arsch war, wenn ich mit jemandem rede. Aber so in die Ferne guckst du. Man will nur ein Foto mit meinem Hinterkopf machen. Ich heuge einfach dein Herzen, aber rückwärts bitte. Ihr kennt doch alle diesen berüchtigten Moonwalk. Der geht da rückwärts. Sprich, ich muss ihn vorwärts machen, wenn ich rückwärts laufe. Das sieht aus, als würde er gerade irgendwelche Dinge sehen. Das war der Moonwalk. Gar nicht mal so einfach rückwärts zu rennen, Freunde. Wir machen jetzt mal ein Selfie. Ich werde den D-D-D-D-Gauf haben. Du, du, du. Oh, fuck! So umarmt man jemanden rückwärts, alles klar. So, Heiko. Geh dich um. Wir machen jetzt ein kleines Wettrennen, wer die Treppenstelle hochgerannt ist. Los geht's. Allein, du bist echt. Echt, das kann man. Ja, super, danke schön. So, Heiko. Du darfst dich wieder umdrehen. Tag ist vorbei. Ja. Komm her, lass dich. Ich kann jetzt endlich mal wieder, Leute, unnormale Umarmung. Endlich mal wieder eine normale Umarmung. Alter, geil. Glückwunsch auf jeden Fall. Ey, übergeist. Es hat mich auch wirklich irgendwann einfach nur genervt. Das glaube ich. Es hat einfach genervt. Ich hab die ganze Zeit gegen irgendwelche Leute gerannt. Ja, Freunde, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn mein lieber Bruder sowas derartiges auch mal machen soll. Ja, ja. Schau mal, bei wieviel Likes der Roman das auch macht. Außerdem, schreibt wie gesagt auch einen Namen. Mal rückwärts in die Kommentare. Wir sind gespannt, wie heiß, ob ihr das entziffern könnt. Freunde, da oder da sehen wir es jetzt gleich auf alle Fälle wieder. Klickt drauf, es lohnt sich. In diesen Videos, wir sind gespannt auf eure Kommentare. Und wir schreiten jetzt vorwärts voran. Freunde, bis ganz bald. Adios amigos.